Verloren im Geist und Raum. Nachdem er sich die ersten beiden Male verlaufen hatte, hätte er uns klar sein sollen. Achso, das ist wieder ein Konquistador-Ereignis. Schickt die Jäger wieder aus oder verliert 5 Prestige? Und jetzt ist er hier. 19 gegen 16, aber natürlich, da haben wir keine Chance. Die Frage ist, kommt unsere Armee noch rechtzeitig rüber? Was wird von Portugal besetzt? Oh, wo kommen die denn jetzt her? Das ist ja ärgerlich jetzt. Das ist ja richtig ärgerlich. Ah, Mist! Der andere, der vierte Kolonist, wo der ist? Ach, jetzt haben wir noch einen frei. Der hat irgendwie gerade noch was kolonisiert. Ich glaube, das war hier. Da sind wir ja jetzt durch mit allen Kolonien, genau. Dann holen wir uns einfach noch Australien, würde ich sagen, wenn wir schon dabei sind. Das haben wir, das haben wir. Dann marschieren wir hier hoch. Mist, 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 Mist. Jetzt kommt der hier und unsere Transportflotte wird komplett aufgerieben hier. Ah, ärgerlich. Was machen wir denn? Kommen die jetzt noch hier rüber? Nein. Die können offenbar nicht marschieren, wenn wir Krieg führen. Okay, wir müssen auf alle Fälle noch mal... Ei, 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 ei. Dieser Schuft, wo kommt der denn jetzt hier mit diesen... Ach, das ist ja Schweden, das ist ja gar nicht Portugal. Das ist Schweden, der Hund. Das ist ja Schweden. Da müssen wir jetzt auf alle Fälle uns Schiffe holen. Und bei den Schiffen gibt es keine Söldnerschiffe, so wie ich das sehe. Das ist auch schade. Ei, 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 ei. Dann fangen wir hier unten an, weil hier oben wird wohl relativ schnell eingenommen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ei, 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 ei. Dieser Schuft, der Hund, Mensch. Und hat auch noch unsere Armee vernichtet. Wir könnten, wir könnten, ich dödel, wir haben ja jetzt 20.000 verloren. Ich bin zu doof. Mäuterei. Oh, militärische oder administrative. Wir machen mal die militärische. Dann machen wir vielleicht hier. Dann machen wir das anders. Wir heben hier. Oh Gott, kaum läuft es mal nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Oh ja, dann nochmal 25. Schon komme ich ins Schludern. Wir haben hier 75. Dann heben wir nochmal 20 aus. Oder 15 reichen ja hier auch für die paar Typen hier. 15 heben wir nochmal auf. Und Bauern kommen auch offenbar. Das hilft jetzt alles nichts. Ich will nicht, dass hier auch noch die Rebellen kommen. Also, wir heben nochmal 15 aus. 1, 2, 3, 4, 5. Ach so, ob wir Frieden schließen können mit den Schweden. Das wäre natürlich gut. Schweden. Oh, Schweden wollen ja überhaupt nicht, offenbar. Da habe ich noch gar keine Forderung gestellt. Und die wollen nicht. Na gut, dann müssen wir es auf die harte Tour machen, Mensch. Ich hoffe, die Einheiten kommen so schnell, dass die hier nicht alles so schnell einnehmen. Verziehen sie sich jetzt wieder. Was ist da los? Flottenzermürbung. Wo haben wir denn Flottenzermürbung? Der wird uns jetzt bestimmt auch unsere Leichenschiffe kaputt gemacht haben. An die habe ich wieder gar nicht mehr gedacht. So, hier haben wir die Transportschiffe noch immer. Hier geht auch nichts vorwärts, Mensch. Das ist ja Wahnsinn. 57 Prozent. Und wo ist jetzt unsere Flotte? Ah, die kehrt jetzt wieder zum letzten Heimathafen zurück, offenbar. Eieiei, da schau her. So, es dauert noch, wie lange, bis hier die ersten Armeen rauskommen. Zehn Tage. So, die Belagerung ist hier fertig. Dann marschieren wir gleich mal weiter ins Landesinnere. Sehr ärgerlich. Ne, ne, das machen wir jetzt schon, Horogumba. Das ziehen wir jetzt schon durch. Da hat er jetzt nur noch 9000. Und ich hebe ja hier jetzt aus, ohne Gnade. Ist ja überhaupt kein Problem. Und dann werden wir die Anführer noch austauschen. und dann passt das schon. Dann kümmern wir uns um die 9000. Nehmen hier nochmal alles ein. Kein Problem. Da hätten wir jetzt die Transportschiffe. Na gut, die Transportschiffe brauchen wir für später dann vielleicht nochmal. Wobei, die können dann auch nach dem Krieg ja komplett hier durchlaufen. Durch sämtliche Gebiete. Ich muss die jetzt nur irgendwie zusammenfassen, damit die mir hier nicht weg... ...gesnipert werden. So. Belagerung ist hier fertig. Da hat er nochmal 9000. Die holen wir uns. Oh, nicht über Goinge. Das ist natürlich blöd. Können wir hier nicht. Dreimal den Kreis. Dann holen wir uns zuerst Goinge. Ja gut, nee. 20 gegen 9000. Das ist ja kein Problem. So, hier noch. Die kleine Insel. Und hier haben wir jetzt dann genug Leute. Viel zu viel fast. Ei, ei, ei. Da war ich wieder mal unersättlich. Haben wir noch irgendwelche im Bau? Das war's. Mit den Leuten. Da unten sind auch noch welche. Dann bringen wir euch mal zusammen. Wir nehmen dort oben. Da haben wir einen 2 Sterne. Dann nehmen wir von dir den Anführer raus. Können wir gerade nicht, weil er belagert. Ah, weil er im Feindesland ist. Na gut. Dann muss es auch. Aber der hat 2 Sterne. Dann holen wir uns nochmal einen. Moment, wenn wir hier fertig belagert haben. Wenn wir hier fertig belagert haben, dann sind wir doch nicht mehr im Feindesland. Und dann können wir den bestimmt rüber schicken, den Anführer. So, hier nehmen wir den raus. Kein Anführer. Schicken den hier hoch. Und setzen den dort ein. Und somit haben wir auch wieder einen Anführer. Wir haben jetzt 12, 3 und 3. Das sollte locker reichen. Wenn ich einen Kolonisten frei habe. Wir haben momentan keinen frei. Wir haben ja schon einen Kolonisten in Grönland. Da geht es ja schon los hier oben. Da haben wir schon einen drin. Keine Sorge. So, wie können wir jetzt dich am besten angreifen über Coimbra und Galizien? Ah, hier über Braganza. Sehr bequem. Das wird wieder stressig, wenn wir hier aufräumen müssen, Menschen. Dann holen wir uns mal diese Armee. Hier oben ist er immer noch mit seinen 19 Schiffchen hier unterwegs. Wir erhalten ein Friedensangebot, das bestimmt nicht zu unserer Zufriedenheit gegeben wird. Und hier, ja, doch, wird jetzt, ist jetzt zwar nicht so dreigisch, aber die Hälfte hier ist weg. Wahnsinn. Das ist schon verrückt. Und er verschwindet auch noch. Die müssen wir auf alle Fälle ausschalten, damit wir hier... Oh, ach so, der ist nur ein Feld weitergewandert. Wie praktisch. Abspalten. Nochmal ein Friedensangebot von Schweden. Das könnten wir jetzt theoretisch annehmen, oder? Wenn wir jetzt Schweden annehmen, dann müssten automatisch hier unsere Kriegspunkte nach oben schnellen, weil Portugal dann komplett eingenommen ist, oder fast komplett. Ich mach das mal. Oder sag mal kurz, ob das sinnvoll ist. Wenn du das sagt, ich soll es annehmen, ich denke mal, du meinst hier Schweden, ne? Dann nehmen wir nämlich das mal an. Was bekommen wir denn? 10% seiner Einnahmen als Kriegsreparation. Sehr gut. Und 495 Dukaten. Prestige aufgeteilt. Naja, hier ist jetzt nichts Besonderes. Ja, das stimmt, Letzmo. Ich hab echt Respekt vor den Einheiten, weil ich schon zu oft zu offensiv vorgegangen bin und dann ordentlich auf die Mütze bekommen hab. Und noch nicht so ganz einschätzen kann, wann es eine sichere Sache ist und wann nicht. Okay, ich will ja von Schweden sowieso nichts hier oben. Die sind mir ja egal. Also wir nehmen Schweden an und eigentlich müsste doch dann hier, da könnte man jetzt auch wieder hier zurück marschieren mit euch. Eigentlich müsste doch jetzt hier, wir sind trotzdem erst bei 54% komischerweise. Aber vielleicht gehen die jetzt nach oben, wenn wir hier alles eingenommen haben. So, was haben wir denn hier? Wir können eine Institution fördern, endlich. Einigung mit Eingeboren in, oh Gott, Eiriksfjord. Achso, wir verlieren auch Punkte, weil die Belagerungen in Schweden wegfallen durch den Frieden. Okay. Aber wenn wir hier alles eingenommen haben, dann haben wir ja von Portugal, denke ich mal, komplett alles eingenommen. Gut, sind wir denn jetzt irgendwie über dem Limit? Nö, 90, das habe ich ja super gut ausgerechnet. Hier sind wir fertig. Was passt soweit? Hier unten ist auch noch Ruhe, oder? Jetzt dachte ich schon, er fängt wieder hier an, was einzunehmen. Hier tuckert er noch mit vier Schiffchen rum. Und wieso wird hier nichts gemacht? Wieso wird denn hier nicht eingenommen? Haben wir zu wenig Leute? Hä? Ein Ruf zu den Waffen. Wer kommt denn jetzt? Das Land Schweden. Unsere Glaubensbrüder und Schwestern fordern die Unterstützung im Krieg. Hä? Oh, wir sind der Verteidiger des Glaubens und daher verpflichtet sie zu beschützen. Dänemark ist alliiert mit Hamburg, bla bla bla. Weil wir Verteidiger des Glaubens sind. Das ist ja ein schöner Zufall. Gerade erst mit Schweden Frieden geschlossen und schon rufen die uns in den Krieg. Ist denn Dänemark, ist das dann nicht katholisch oder so? Oder was ist hier los? Protestantisch. Ah. Und Schweden ist katholisch. Was? Ich habe hier Lissabon schon. Das ist ja immer noch gestreift. Das habe ich doch gar nicht. Ach so. Ich dödel. Mann, ich muss ja hier hoch. Ah. Gott, oh Gott, oh Gott. Ne, ich will nicht ablehnen. Das machen wir natürlich nicht. Wenn die ablehnen, erhalten wir diplomatische Reputation, minus eins. Ne, ne, wir akzeptieren, aber halten uns einfach raus. Das ist immer die einfachste Lösung. Also, dann sind wir zwar gut. Oh, bekommen wir jetzt. Doch, die kommen jetzt schon noch runter. Dann, äh, dann bekommen wir kein Mali und trotzdem. Ist aber kein Thema. Sie sind mit Russland. Sie sind mit Russland verbündet. Was? Wie schnell ihr das immer seht. Das ist ja Wahnsinn. Wo seht ihr denn das? Tatsächlich Hamburg, Ravensburg und Russland. Naja, Russland. Die sollen erstmal hier rüberkommen. Da habe ich jetzt kein Problem damit. So, wir haben immer noch erst 58%. Ich weiß nicht, wo der noch irgendwelche blöden Kolonien hat. Hier können wir jetzt wieder erweitern. Frage ist, wollen wir das? Ich will erst wieder hier ins Minus kommen. Der Ventros hat mich da vor einigen Folgen so drauf eingefahren, dass ich immer zuerst hier die Technologie weiterbringen soll. Was gibt es denn hier als Verbesserung? Einen zusätzlichen Diplomaten und Baugeschwindigkeit Schiffe, Handelseinfluss. Das wäre aber richtig gut. Und Unterhalt starten. Naja, wir machen erstmal die Technologien. Ah, richtige Institution. Vielen Dank für den Hinweis. Müssen wir ja auch noch machen. Wir müssen die fördern. Kostet 2.581 Dukate. Seid ihr denn verrückt? Wenn gefördert, Händler plus eins. Dann wissen wir ja schon wieder nicht, wo wir mit dem Händler hin sollen. Und eine nationale Entscheidung ist verfügbar. Wo ist denn jetzt unser Händler? Moment, wir haben jetzt gefördert, haben aber keinen Händler bekommen. Wahrscheinlich erst, wenn voll ist. Wahrscheinlich erst, wenn hier voll ist. Und das nächste ist dann Manufakturen. Die kommen rüber extra für mich, die Russen, meinst du? Der Russe kommt. So, wir sind bei 59%. Die nationale Entscheidung. Ostindisches Handelshaus. Oh, das ist ja. Erhält 200 Dukaten bis 1821. Sehr gut. Händler plus eins und Handelseinfluss plus 5%. Jetzt haben wir zwei auf einmal. Okay. Dann ist das mit dem Fördern doch so, dass man den gleich bekommt, den Händler. Sobald es gefördert ist, dann muss das nicht voll sein. Wir setzen einmal den Händler hier rein. Der leitet weiter, würde ich sagen. Und wo können wir denn noch irgendwo hin? Hier oben sitzt einer. Wo haben wir denn noch keinen? Hier gibt es auch viel Kohle, aber da sind wir nur bei 3% momentan. Da könnte man abschöpfen, weil hier nichts rausgeht dann. Da könnte man dann abschöpfen. Ich sehe hier momentan keinen. Das ist halt, das ist der Wahnsinn. 29. Das ist der Hammer. Hier haben wir 6,4. Er hier überträgt. Dann machen wir das hier auch. Oh, da haben wir ja 0. Das ist ja ganz schlecht. Hier haben wir wenigstens 5%. Dann schöpfen wir hier einfach ab. Ich mache mir da wahrscheinlich immer viel zu viele Gedanken. Unsere Schiffe sind auch fertig, unsere Transportschiffe. Die müssen wir mal irgendwo versammeln, am besten hier oben. Und dann teilen wir uns mal Portugal auf, würde ich sagen. Soweit sind wir ja jetzt fertig. Unruhen sind immer noch. Wir haben... Oh, eine neue Mission. Er schafft eine richtige Flotte. Wie viel brauchen wir denn da? 75. Das ist ja Wahnsinn. 75 Flottenstärke. Da sind wir noch meilenweit entfernt. Na gut. Mit Dänemark beenden wir den militärischen Zugang. Weil mit Dänemark sind wir ja jetzt im Krieg, oder? Die sind jetzt... Hä? Nur Schweden? Das ist ja jetzt... Aber wieso sind wir denn jetzt nicht mit denen im Krieg? Ich habe hier unten auch kein Symbol. Habe ich abgelehnt? Ich soll die Gewürzinsel-Mission nehmen, aber die Gewürzinsel-Mission... Das ist Passai. Die ist ja schon besetzt. Und ich bin ja nett. Ich setze mich ja nicht irgendwo drauf, wo man ja nicht... Das ist ja riesig hier. Malaka. Malaka. Verbündet mit Ayutthaya. Mit denen hier oben. Die könnte man halt einnehmen dann, ne? Da unten haben wir ja schon eine Kolonie. Da könnte man sich hier hochessen. Ah. Na gut. Das machen wir... Ich komme zu nichts. Ich muss ja jetzt erstmal hier mit Spanien den Krieg beenden. Äh, mit Spanien. Mit Portugal den Krieg beenden. Oh. Das Manische Reich kämpft in Tunesien. Schon wieder abgelenkt. Also, wir schauen mal, was wir bekommen können. Ich hätte halt schon gern hier die beiden. Was hat er denn jetzt noch? Lissabon. Null Punkte. Campinas. Hier unten. Okay. Das wäre das hier unten. Und dann ist es auch schon vorbei. Dann lassen wir ihm vielleicht hier oben das. Hier. Was war dann das hier oben? Der hat ja unglaublich viel noch. Ja, eigentlich nur... Das können wir uns auch holen. Das ist nämlich so ein Fleck hier bei uns dazwischen. Nee, ist eigentlich nur noch das Portugiesisch Brasilien. Okay. Also, wir lassen ihm das. Wir lassen ihm Portugiesisch Brasilien zum Teil... Wir lassen ihm das zum Teil hier oben. Den haben wir alles. Oder wir holen uns das hier oben. Können wir hier noch ein bisschen was mitnehmen? Oh, da ist es schon vorbei dann. Das ist ja jetzt hier schon ganz wenig. Und ich verstehe nicht, warum. Wir haben hier alles eingenommen. Wir haben hier alles eingenommen. Und wir haben hier alles eingenommen. Mehr kann ich nicht einnehmen. Außer dann... Ah, Lüttich... Lüttich... Sapoliché... Oh, die müssen wir dann quasi auch noch alle einnehmen. Das ist... Oh, was wir machen... Okay, dann machen wir das anders. Ich bin ja so ein gewiefter Hund. Wir lassen die Verträge kündigen. Können wir denn das machen? Und zwar hier mit denen. Oh, das geht nicht. Villavine nicht. Können wir denn überhaupt noch was machen? Kriegsreparationen können wir auch nicht mehr. Wieso sind wir denn jetzt... Wieso ist denn jetzt hier alles markiert? Plötzlich. So, also nochmal von vorne. Ich lasse jetzt mal raus. Das hier behalten wir. Und jetzt... Ich soll Portugal aus Europa werfen. Das machen wir ja sowieso. Und nimm das brasilianische Zeug. Okay, das hier meinst du? Aber das bekommen wir nicht alles. Leider. Das bekommen wir nicht alles. Macht es denn keinen Sinn, wenn wir jetzt hier fordern... Dass sie die Verträge kündigen? Oh, das geht gar nicht. Das ist ja unglaublich. Nur eine Nation würde jetzt gehen. Nö, dann machen wir das so. Also hier haben wir alles. Hier nehmen wir das. Dann nehmen wir hier noch so viel wie geht. Wir nehmen so viel wie geht hier. So, wir haben hier Portugal, Frankreich, Azteken, blablabla... Interessieren mich nicht. Die Bohne. Und noch etwas Geld. Ein bisschen Geld. Gar kein Geld. Wirklich. Nö, will er überhaupt nicht mehr. Gut. Dann haben wir jetzt hier einiges mitgenommen. Wir senden die Forderung. Und wer ist das hier überhaupt? Portigua. Der nervt mich schon die ganze Zeit. Dem erklären wir als nächstes den Krieg, damit wir hier die Verbindung bekommen. Und hier oben Mapuche auch. Genau. So, bitte mal annehmen. Vielen Dank. Wir ziehen euch zurück hier hoch. Dann haben wir nämlich hier schon eine Mannschaft. Und dann kümmern wir uns um die beiden hier. Oh, nur zwei Kernprovinzen. Lissabon und Oporto. Äh, Oporto. Das ist ja... Ach, weil die anderen jetzt wieder in der Kolonie sind. Ah. Ja, Tollfuß verstehen. Tollfuß verstehen. 137. Und 116. Da gehen uns ja wieder alle Punkte flöten. Oh, Mann, 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 Mann. Letzmo sagt, ich soll Brasilianisch-Portugal in drei Teile spalten. Und nun sitzt Portugal in Amerika. Ah, okay. Das ist jetzt keine Kolonie mehr, sondern das ist Portugal. Ja, auch schön die Geschichte verfälscht. Was soll man denn hier aufteilen, Letzmo? Das passt doch so, oder? Wir machen hier eine komplette Einheit. Und sobald es geht, kümmern wir uns noch um den Rest hier. Und die beiden, die werden wir auch einnehmen. Unser Konquistator, weil es mir gerade wieder einfällt. Wo läuft er denn rum? Und er marschiert doch noch. Sehr gut. Okay, wir haben hier jede Menge Schiffe, die hier rumtuckern. Jetzt müssen wir wieder Orten reinbringen. Italienischer Techniker. Wie spät haben wir es denn überhaupt hier? Und wieso bin ich denn so rot? Komplett rote Farbe. Wahrscheinlich die Aufregung beim Krieg. Naja, halbe Stunde werden wir noch machen. Italienischer Techniker zwischen 1450 und 1600 waren italienische Belagerungstechniker hochbegehrt. Sie sollten den Militärs Europas die Feinheiten der Trace Italiene beibringen. Diese Techniker waren in den meisten Fällen ohne nationale Identität und arbeiteten für jeden, der sich ihr Honorar leisten konnte. Techniker einstellen? Ja. Hallo Drache-Gamer. Ja, halbe Stunde, habe ich gerade gesagt. Geht's noch? Bin mal gespannt, ob die Kolonie von Portugal nun unabhängig wird, weil Portugal so klein ist. Ja, dass die nicht mehr ordentlich erhalten können. So, ihr sollt doch alle auch hier hochfahren. Ich muss die jetzt nochmal alle komplett neu sortieren hier. Das sind einfach zu viele. Zu viel durcheinander. Oben haben wir auch noch welche. Dann hier haben wir die leichten Schiffe. Die leichten Schiffe, die wir wieder auf Mission schicken. Da braucht er jetzt sogar einige Sekunden, bis er die ganzen Umschlagsplätze lädt. 2,55 in Mexiko. Wow. In Salih wieder, oder 5,14. Ja, dann halt Salih, ne? Gut, dann unsere Truppen müssen wir ja auch noch ein bisschen ordnen. Die versammeln wir auch nochmal. Wir fahren auf alle Fälle erstmal alles runter, beziehungsweise teilweise runter, damit wir wieder Kohle bekommen. Und zwar nicht zu knapp, würde ich sagen. 32, das müsste doch mehr werden, oder? 43, jawohl. So, dann teilen wir euch wieder auf. Gut, wird hier jetzt noch was produziert? Wir fassen euch mal zusammen. Wird hier noch irgendwo was produziert? Und wieso steht hier 18%? Und hier steht aber Tag. Hier stehen Tage und hier stehen Prozente. Das ist ja seltsam. Gut. Oh, die Annexion ist auch schon zu 82% abgeschlossen. Wann ist es soweit? 16, 18, in drei Jahren schon. Also, dann haben wir jetzt hier 24 Transportschiffe, die wir erstmal stilllegen, weil wir die nicht brauchen. Wir haben jetzt hier oben 2x28, wir haben hier drüben 12.000 und wir haben hier unten auch nochmal 16.000. Soweit sind wir relativ gut aufgestellt, würde ich sagen. Wir müssen mit Dänemark, das wollte ich ja vorhin schon machen, ursprünglich den militärischen Zugang wieder beenden. Und meine Frage ist, ich dachte, Schweden wäre im Krieg. Dänemark, Hamburg, Russland und Flandern, wieso sind wir nicht mit dabei im Krieg? Kann mir das einer verraten? Ich habe hier unten auch kein Zeichen, das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht, weil meine Wenigkeit hier drüber liegt. Aber wieso bin ich jetzt nicht im Krieg, bin ich nicht mehr Verteidiger des Glaubens? Spanien ist Verteidiger des katholischen Glaubens, doch. Acht Tage meint, bis der Kolonist ankommt? Ich dachte, ich hätte die schon vor einer Stunde hingeschickt und die brauchen immer noch so lange. Ich habe vermutlich auf Ablehnen gedrückt, ich dödel. Das wollte ich natürlich jetzt nicht. Mensch. Mal sehen, wie gut du am Ende wirst. Ich bin gerade 16.20 mit Arabien und mache ohne Abzug der Ausgaben 80 Dukaten pro Monat. 80 Dukaten ist aber schon ganz schön heftig. Oh, wobei, wir machen 132. Aber ich glaube, das kann man nicht vergleichen mit den Arabien, oder? Da wird es wahrscheinlich nicht so gut laufen. Wir sind ja hier doch relativ zentral. Und haben ja auch viele Kolonien natürlich. Gut, wir brauchen noch ewig lang bis hier nochmal was machen können, bis wir hier wieder alle Punkte haben. Da sind wir schon wieder im Minus, bei Minus 10 oder so. Wir können auf alle Fälle Punkte vergeben, und zwar entweder Merkantilismus oder Inflationsreduktion. Da müssen wir doch auch noch was haben. 0,03 mal wieder geht es nach unten. Das wäre vielleicht auch mal wieder nicht schlecht. Oder Steuereinnahmen plus 15% wäre auch gut. Wir nehmen die Steuereinnahmen, wie immer. Und ich habe jetzt beschlossen, für das Amt des Papstes, da bewerbe ich mich jetzt gar nicht mehr, weil wir das sowieso irgendwie nicht nützen. Und wir haben eine neue Errungenschaft freigeschalten. Down Under besitzt eine Kolonie in Australien. Wir haben doch gerade erst angefangen. Wir haben doch noch keine Kolonie. Die ist doch noch nicht fertig. Da stehen wir ja noch ganz am Anfang. Die wird gerade mal gebaut. Zehn Siedler haben wir. Uh, wächst. Und hier oben müsste auch noch eine kommen dann, genau. Und dann nehmen wir komplett Australien ein. Alles wird gelb hier auf der Karte. Ich freue mich. Läuft noch ganz gut, oder? Und hier oben ist ja auch genau 49.